Ja und passend zu dieser Geschichte gibt es jetzt auch einen Mega-Hit aus den 80er Jahren. Für Modern Talking war es einer der größten Hits aller Zeiten und You're My Heart, You're My Soul gehört heute auch immer noch ganz fest ins Repertoire von Thomas Anders. Aber eins ist klar, mit der SWR Big Band klingt er auch ganz anders. Ein Riesenapplaus für Thomas Anders! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 That's the only thing I really, I really know Let's close the door and believe my burning heart Feeling the right to come on open up your heart I keep the candles burning And let your body melt in mine And living in my, living in my dreams You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding you forever, stay with you together I keep it shining everywhere I go That's the only thing I really, I really know You're my heart and you're my soul 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 You're my heart and you're a great die etwas internationalere der Reihen. Okay. Und beide haben sensationellen Wein. Das ist toll, das stimmt. So, ich habe ja gesagt, wir haben Künstler dabei, die sind weltweit unterwegs. Und Sie müssen sich vorstellen, der Mann ist vorgestern aus Russland hier angekommen, demnächst wieder in Bukarest. Ich bin morgen in Bukarest, ja. Und dann Los Angeles, zwei ausverkaufte Shows. Ja, da freue ich mich sehr. Ich habe zwei ausverkaufte Shows in L.A. im August und bin im September in New York mit einer Show. Well, man nennt ihn auch den Jetsetter, ja. Großartig. Aber ich komme immer wieder. Ja, und das ist das Schöne, immer wieder nach Hause zu kommen. Und damit du das auch nie vergisst, gibt es auch für dich unsere wunderschöne Rheinland-Pfalz-Medaille. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Das freut mich sehr. Dann wirst du immer auch an Rammstein-Isenbach denken. Gerne. Immer eine Reise wert. Vielen Dank, Thomas Anders. Danke, Martin. Danke. Und nachher wird er noch zum Frankie Boy.